Ein Jazz-Talent in seinem Element. Michael Wollny, national und international ein Star der Szene. 35 Jahre alt und schon 20 Jahre im Geschäft. Erstes Album mit 15. Drei Jazz-Echos hat er bereits. Jetzt bekommt er den Jazz-Echo für das beste nationale Ensemble des Jahres. Zusammen mit Heinz Sauer, dem Altmeister des Saxophons. Ihr Album Don't Explain Jazz improvisiert minimalistisch offen. Ein musikalischer Seiltanz, so Sauer. Das ausgezeichnete Werk nicht ihre erste Zusammenarbeit, sondern schon ihr viertes Album. Eine perfekte Jazz-Freundschaft, die zusammen immer wieder Grenzen sprengt.